Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Happy Reads mit mir dem Kittel und wir schauen, was es hier schönes Neues gibt und ich sehe ein Neon Domino So, erster Stein angekickt, fällt alles planmäßig umgefallen da rein, ok Ok, der dreht sich da oben hoch Läuft sie langsam ab Der Wagen macht sich auf den Weg Ok, kleine Wippe Das Gesicht Waveframe-Anbrüche, schade Aber Eigentlich ganz witzig Naja Gut Kann man mal gesehen haben Aber vom Hocker gerissen hat es mich jetzt nicht, ja Deshalb machen wir jetzt auch nochmal so einen schönen Sword Throw Save me, nix save me Kill me Hier Fette weg Weihnachtsmann weg Ich weg Am Arsch Ja Stirb Wir haben ja noch so schön viele Schwerter Gleich nicht mehr am Arsch Egal, brauchen wir nicht Ich Stirb Und jetzt Gut Ich denke, wir haben gewonnen Guck mal hier So ein geiles Aber egal Kommen wir auch ohne Den Kram aus Freefall Fuck Fuck Oh, das Ist Ist aber rein Auf Lackbasis hier, ey Das ist Nein Ja Nix, fuck mich hier ab, ey Der totale Sieg Okay Nächstes Was haben wir noch? Gibt mir Level Wow Okay Wir sollten was ernst nehmen, was hier steht Okay Was? Welcher Bullshit Wieso? Hallo? Haben wir gewonnen, ja? Diesmal haben wir auch einen goldenen Ton bekommen Sehr schön Oh, was sehe ich denn da unten? Happy Bullshit Go, go, sagst du? Alter Erstmal hier Hier rein Ohr Ich denk da ja so auf halb acht Ne Das wär ja schon mal nicht so toll Nein! Oh doch Geil Auf die Fresse Da krieg ich sogar Hilfe Oh am Arsch So komm, lass dich da reinfallen So komm, lass dich da reinfallen So komm, lass dich da reinfallen Bullshit, ey Du musst ihn ja auch hinwerfen Du musst ihn ja auch hinwerfen Oh Gott Ja toll Ja toll So dolle Warten auch nicht Alter, seine Scheiße Alter, seine Scheiße Ey Zu nochmal Was für ein Bullshit Alter das war ein Triple kill habt ihr das gesehen? Leben noch, ich hoffe wir leben noch Oh ne Ne das ist doch scheiße da kommt uns so eh nicht durch habt ihr gesehen Alter das kam alles von unten so hoch geschossen einfach mal das zerfetzt sich Mehr warum nicht ey Bringt dahin gar nichts ja Was ist denn, oh krass Wir sind Vögel wir fliegen Und zerklatschen beim Aufschlag Welcher Bullshit ey Wie ein Hardcore Bullshit Ja Flower attack, das hört sich auch schon so schwachsinnig an ey Mann ey Mann ey Und es ist ja auch schon wieder genau so schwachsinnig wie es sich anhört Toll jetzt sind wir hier so ein bisschen lang gefahren, haben die Leute weggeschnetzelt Oh mein Gott wie schlecht ist das eigentlich, da können wir auch noch über das Ziel rüber fahren Guck mal das ist doch totale Bullshit heute hier schon wieder Hier Hier Das könnte uns vielleicht hier nochmal ein bisschen fordern Everrun Haben wir auch lange mit mir gehackt Fuck you alter Welchen Bullshit ey Welchen Bullshit ey Wie hast du es denn Aber nicht nochmal, nicht mit mir Ich schnitzel dich weg Ja Ich sag doch, nicht mit mir her Anti-Gangster Oh mein Gott Oh mein Gott Ja komm Fick dich ey Lass ihn los Ah 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 Ja komm, stirb, genau Alter, willst du mich verarschen? Okay Hey du kleiner Spastik, verpiss dich Okay Okay, dann braucht eh keiner Steck alter Ey Komm schon Ja komm Hau ab Fick dich ey Verpiss dich mit deinen hässigen Früchten Verpiss dich mit deinen hässigen Früchten Alter Die Früchte sind ein Weg Okay, wir sollten Anlauf holen Anlauf holen, genau Anlauf nehmen heißt das ey Sag ich doch Oh Welch ein Bullshit ey Das hat uns ernsthaft gekillt ey Okay Einmal mach ich das noch Dann reicht's auch ey Wenn du Scheiße hier komm Verpiss dich Du mit der Minderheit Schwer hier Stirb Oh Okay Nehmen wir nochmal Anlauf Huuuua So Jetzt gibt's Stoff hier Boah Ne Ne Ich hab gesagt Einmal noch hier Das war's Ja komm Brauchst du eh nicht Diesen Binderten Söhne Mann Söhne Mann Ach Aber braucht auch keinen Arsch Ich glaub das ist gut für uns oder? Ist das gut für uns? Ich glaub schon Nein Was passiert wenn ich hier rüber geh? Okay Da fallen mir jetzt Bodenlose nichts Aber versuchen wir das doch mal ohne Ah ne Scheiße ohne geht ja gar nicht Bei dem werden wir nämlich den bönen Kack hier nicht Was ist denn das für ein Schwachsinn bitteschön? Wieso brichst du dir denn da alles? Welch ein Scheißdreck ey Wow Das war nicht gut für sein Hals So komm vorwärts Nochmal vorwärts Oh ohne Helm Bam Ja No Problem Sir Wow Du musst aufpassen mit dem Headset Mikro Das ist voll im Weg ey Hier komm Nochmal Stufen runter Oh 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 Mama Nein Du kannst ihn einfach nicht halten Der zieht so krass nach vorne und unten Ja Ja wow ey Wieso verlierst du deinen Kopf wenn du mit dem Rad unten auf den Boden kommst? Was ist das denn für ein Bullshit ey Ganz ehrlich Oh Oh Wie schlag mir den Kopf an den Stufen? Oh Oh Alter, ey. Ja! Ich sag's doch, ey. Wer braucht schon einen heilen Körper? Das kriegen wir auch mit zwei Teilen hin, ey. Wer muss denn kommen? Ja, weg mit dem scheiß Panzerglas hier. Nichts hält uns auf. Erst recht nicht so ein paar scheiß Speerhörer hier. Hier, scheiß Pfeile hier. Verpisst euch. Macht einem gar nichts. Auch wenn ich jetzt aussehe wie so ein... Was weiß ich was. Oh! Nein! Verdammt. Hier so. Weg. Da lenkt mich der Behindertisch B oder was das ist ab, ey. Alter, es killt uns da sogar auch noch, ey. Das war bis jetzt noch nicht vorgekommen. Wieso denn, ey? Alter, okay. Zwei Versuche noch, ne? Ich sag jetzt erstmal schon mal zwei. Dann reicht's auch irgendwann! Verdammte Scheiße! Wieso trifft mich denn jetzt immer dieses blöde Viech? Das kann doch nicht wahr sein. Hier jetzt. Fahr, Bitch. Na gut. Ein einziges Mal noch, verdammt, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind doch da eben total easy durchgekommen. Ey, der hat uns doch über... Oh! Ey! Hä? Oh! Der war doch überhaupt kein Blut, ey. Der war doch überhaupt nicht getroffen. Höchstens Streifschuss. Das wärst du doch wohl überleben. Alter! Lass... den... doch... einfach da liegen! Ne. Das kann nicht wahr sein, ey. Nee! Alter! Nee! Jetzt ist Schluss, ja? Bis zum nächsten Mal, wenn's mir heißt. Happy Reads. Der Kittel. Ah! Attacker!